Florian Silbereisen nannte Beatrice Igli im Fernsehen versehentlich seine Liebesfrau. Willkommen in der Prome-Fan-Gemeinde. Drücken Sie die Benachrichtigungsglocke und abonnieren Sie den Kanal. Viele Folgen der letzten Zeit haben gezeigt, dass Florian Silbereisen und Beatrice Igli tatsächlich ein Liebespaar sind. Darüber hinaus freuen sich die Menschen immer wieder auf das Gefühl, die beiden als Liebespaar zu sehen. Immer mehr kam für Florian Silbereisen und Beatrice Igli die Zeit, sich über die schönste Liebe zwischen den beiden zu öffnen. Dieses Gefühl hat uns immer erwarten lassen, Liebe von zwei Menschen zu erhalten. Es fühlt sich an, als ob wir jedes Mal, wenn wir uns selbst betrachten, die Liebe zu allem. So eine schöne Liebe wird es also nie geben. Und sie hatten eine gewisse Publicity, bis jetzt haben viele Menschen jeden glücklichen Moment, in dem sie sich ansehen, geliebt. Die Liebe von Florian Silbereisen und Beatrice Igli hat immer an die Freuden gedacht, die wir zurückbekommen. Und jetzt können wir sehen, wie sich Florian Silbereisen und Beatrice Igli bald näher kommen. Und ich finde, das Gefühl, dass Florian Silbereisen und Beatrice Igli zusammen sind, steht für eine schöne große Liebe. Was sie haben, ist ein schönes Gefühl, das mich zu Recht von den beiden sehr geschätzt hat. Florian Silbereisen nannte Beatrice Igli im Fernsehen ihre Geliebte. Dies hat der Show selbst mehr Attraktivität verliehen. Und so bin ich immer noch. Damals glaubte man auch offiziell an das Ehepaar Florian Silbereisen und Beatrice Igli. Die beiden lieben sich wirklich und bald werden sie dem Publikum und ihnen dafür danken, dass sie die beiden immer unterstützt haben. Die Liebe ist auch zu Ende gegangen, um eine neue zu beginnen, die das gemeinsame Glück in einer Beziehung zwischen Mann und Frau ist. Lassen Sie uns unsere besten Wünsche an beide senden. Seht ihr Florian Silbereisen und Beatrice Igli, die beiden sind wirklich glücklich miteinander. Lieben die Leute Florian Silbereisen und Beatrice Igli wirklich so sehr? Als langjähriger Fan von Florian Silbereisen und Beatrice Igli habe ich dieses Paar immer unterstützt. Die beiden sind ein süßes Paar und verstehen sich super. Ihre Liebe, die ich fühle, ist eine eiserne Liebe und wird für immer zusammenbleiben und sich nie verlassen. Ich glaube, was ich sage, ist wahr und ich werde ihre Beziehung in Zukunft für immer unterstützen.